So, liebes Abonnenten-Tirkschen, Wesker wieder hier mit einer Folge Arma 3 Ex... Nee, nicht, nee, das ist kein Ex-Eight, das ist was anderes. Das ist, ähm, Arma 3 Wasteland. Hier gibt es keine Basis und ich bin wahrscheinlich gleich mega im Arsch, würde ich mal sagen. Weil der Panzer sieht mir nicht sehr geheuer aus. Ähm, auf der Map-Strate, oh Gott, auf der Map-Strate sind wir wirklich... Äh, Aua? Ähm, ich wurde gerade erschossen von einem Panzer. Äh, alles klar, warte mal. Trennen? So, bei Wasteland ist es so, man hat drei Gruppierungen, Widerstand darf halt auf alle schießen. Und Blufor und Opfer, halt nicht. Die haben sich an gewisse Regeln zu halten. Und man kann halt als Sanitäter, als Ingenieur, als Taurer und als Sniper unterwegs sein. Der Ingenieur hat zum Beispiel einen Raketenwerfer und hier ist ein Sniper-Sort frei, wunderbar. Geil, Alter. Und ich bin da sehr gerne als Sniper unterwegs und der Ingenieur hat halt einen Raketenwerfer. Und der Sanitäter, sagt ja schon der Name, er hat halt, ähm... Ähm, hat ja halt die gewissen Heilungstools. So. Ich spawne random. Mal gucken, wo ich spawne. Wie gesagt, von Wasteland habe ich nicht so wirklich die Ahnung. Ich habe mir das halt nur sagen lassen, wie das da halt abläuft. Mhm. Ernsthaft, was zum Klick? Äh... So wie zum Thema Neipart bin ich nicht, man, kann ich die Schäden die ausmachen, bitte? Ah, das ist klar. Null... No Bullshit Revolution. Was haben wir denn hier? Was ist denn das, Alter? Ist das? Okay. Gut, ne. Äh, wie gesagt, auf der Map Strat ist unterwegs, in dem Modus halt Wasteland. Hier gibt es halt keine Basen, sondern nur, äh, gewissen Missions und man kann halt mit gewissen oder diversen Sachen auf der Map spawnen. Äh, was hier eigentlich quasi so das Ziel ist, habe ich selber noch nicht ganz begriffen. Wenn es hier keine Basis gibt zum Bauen, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man halt gewisse Sachen findet, die man halt da nicht wirklich speichern kann, wenn überhaupt das funktioniert. Ich habe ja, wie gesagt, von dem Modus absolut null Peilung. Ach, okay. Bin nah an, ist das ganz? Bist du ganz? Nee, du bist kaputt. Ja, nein. Oh mein Gott, Alter! Was zum... Was zum Heck, Alter? Was schießt denn hier auf mich? Mein Gott, hab ich gerade einen Herzkasten bekommen. Ist nicht dein Ernst. Alter! Da heck? Super. Nice job. Geil, Alter. Richtig GG. Meine Waffe ist nämlich jetzt noch schon da drin. Kann ich... Ja, geil. Alter, die bekriegen sich hier. Panzer gegen Panzer. Wenn ich das richtig verstehe. Ist da noch ein Panzer irgendwo in der Nähe? Ich sehe mich nicht. Nö. Alles klar. Wie kann er mich denn bitte auf der Distanz sehen? Ich... Was soll ich denn machen, wenn keiner in der Nähe ist? Erstens bin ich hier alleine auf dem Server unterwegs. Und zweitens... Ähm... Ja. Der hat halt einen Panzer. Kann eigentlich nicht gegen ihn ausrichten. Und wenn ich random spawne, dann ist das halt so. Random spawnen. Da weiß ich halt nicht, wo ich... Äh... Lande. WTF! Einfach nur... W-T-F Und... Äh... Scheinbar sind die Server-Einstellungen hier ganz anders. Weil ich war vorher auch auf einem anderen Wasteland-Server gewesen. Äh... Da konnte ich mit einer Sniper-Rave respawnen. Aber hier... Mit einer beschissenen TRG-20. Alles klar. So. Tür auf. Leute, Leute, Leute. Warte, warte auf mich. Warte auf mich. Warte auf mich. Warte auf mich. Das ist ein Boot. Ich hatte das ja ein Auto. Du willst mich doch rollen. Warte mal. Vielleicht kann ich ihn ja wegschießen. Sonst snack ich mir das Boot. Oh, er hat ausgemacht. So, der ist tot. Na, er ist gerade rausgeschossen. Gut, das Problem ist natürlich jetzt... Äh... Der größte Teil von den ganzen Spielern, die hier drauf sind, sind Widerstand. Und die müssen sich einfach gar nichts halten. Die können alles über den Haufen schienen. Alles, was sich bewegt, können die beschießen. Alles klar. Genau, das meine ich. Daneben. Daneben. Au. Alles klar. Die ersten Schüsse gingen daneben. Dann macht man einfach mal Sauerfeuer-Modus. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja, komm. Komm. Komm zu mir und loote mich. Ich verstehe nicht, warum die alle so lootgeil sind. Ich meine, das Spiel, was ich da habe, damit kann ich spawnen. Das ist mir eigentlich relativ. Ich meine, so... So... Rare-Sachen... Oh, nice. Geil. Nee, nicht geil. Alles klar. Wie zum Teufel? Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Waffen zu schießen habe. Wenn ich ehrlich bin. Habe ich keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich brauche echt wirklich beschissene Tipps, um zu wissen, wie... Ich meine, ich habe auf seinen Körper gezielt. Und die Kugel ist da rüber geflogen. Und die Waffe war auf 100 Meter genullt. Hier ist definitiv was voll. Was haben die denn los mit der Engine hier angestellt? In DayZ, also in Arma 2, wäre der locker tot gewesen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, was war denn jetzt gerade falsch daran gewesen? Nur mal so nebenbei. Was war daran... Wo bin... Was zum Teufel? Alles klar. Äh... 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 Oh, kick mal ein Auto. Und nur so neben... Ja, ich werde gleich wieder Inzip beschossen. Alles klar. Vom wo bitte? Äh? Alter, vom wo? Waffe kann ich auch nicht weiter höher nullen. Geht nicht. Wie weit kann ich denn die Waffe hoch nullen? Gar nicht. Kann ich nicht. Ah, warte mal. Hä? Was? Vom wo? Ich höre nur dieses Knacken im Ohr. Ich höre nicht mal einen Schuss. Alles klar. Und wieder höre ich irgendwelche Knackgeräusche. Am Horizont. Oh! Oh, hat der mich gerade erschrocken, Alter. Was hast denn du? Nice! Geil! Eine Sniper Rifle. Gib mal her. Easy way. Oh nein. Oh nein. Das ist jetzt kein Tank, oder? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, 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 nein. Lass das bitte kein Tank sein. Bitte nicht Ich bin auch artig, ich schwöre Ich bin so gearscht Warte mal Was, 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 was? Ist das ein Tank? Ja, es ist ein Tank Oh mein Gott, Alter Nein, es ist kein Tank Na gut, ist sowas ähnliches Es ist so ein Abklatsch Ne, es ist kein Abklatsch Es ist ein Oh Mann Wehe Du kannst mich hier nicht sehen Ich hab einen scheiß Gilead Verschwinde Mann, hau ab Let's be alive Oh nein, Alter Ich brauch jetzt dringend ein Wunder Fuck, ey Soweit ich mich bewege Bin ich tot Alter, hau ab Ich schwöre dir Hau ab, Alter Ich werd nicht lang überleben Ich bin ja jetzt schon Viermal gestorben Und ich werd Nee Na, verschwindest du? Oh nein, 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 nein Dreh dich bitte Oh, jetzt bitte bloß nicht Nicht sein Ernst Nicht sein Ernst Da kommt jetzt kein zweiter Tank, oder? Oh nein, bitte nicht Auf wen oder was schießt er? Wer schießt überhaupt? Ja, komm, 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 komm Hau ab Komm schon Komm schon, hau ab Ja, nice, Alter Jetzt fahr hier bitte nicht lang Oh, nice, der ist ausgestiegen Den hab ich jetzt nicht gesehen Aber ich mach mich vom Acker Ich hab keinen Bock mehr hier zu sein Ich bin weg Ich verschwinde, Leute Ich leg mich garantiert nicht mit einem Tank an No way No way Au, 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 au Obwohl, warte mal Vielleicht kann ich ihn ja rausschießen Alles klar Gut, Leute Ich würd einmal sagen Däumchen nach oben Dafür, dass mich Der Tank, glaub ich Zweimal abgeschossen hat Ach, keine Ahnung Weiß ich nicht Wie gesagt Ich brauch sehr viel Übung dafür Ansonsten würde ich einfach mal sagen Whisker, bis später Bis später So Bis Gentile